Und bitte, stets bemüht, der Podcast mit Mirella und Carlo. Oder haben wir gesagt Carlo und Mirella? Ah, wirklich? Weiß ich nicht mehr. Wir können doch Carlo und Mirella sagen. Was klingt denn besser? Weiß ich auch nicht. Carlo, Mirella, Mirella, Carlo. Also mir ist egal. Mir ist es auch egal. Okay. Danke. Stets bemüht, der Podcast mit Mirella und Carlo. Es ist das Weihnachten aller heterosexuellen Männer gewesen. In Deutschland zumindest. Ich glaube, in Amerika ist es Weihnachten, das zweite Weihnachten für alle gewesen. Es war Superbowl. Ich dachte gerade, du willst auf Fasching hinaus. Aber ich war so, ja, auch, keine. Ja, ein bisschen, ja. Unauffällig Ärsche angrapschen. Hey, das kann man immer machen. Auch im Stadion. Das kommt sicher gut an. Im Stadion oder in der Kneipe. Super toll. Hammer. Und wir haben es natürlich thematisch dazu, wie versprochen, angezogen. Ja, ich eher Fasching, du eher Superbowl, glaube ich. Hä? Superbowl und Fasching. Das ist für mich die gleiche Veranstaltung. Ist auch, ja. Naja, falls ihr nicht guckt, sondern nur zuhört, dann können wir mal auf Insta vielleicht eine Story oder so ein kleines Fötchen packen, würde ich sagen. Oder ihr schaut halt mal bei YouTube und so vorbei. Aber, ja, willst du erst mal aufklären, was dein Look ist? Ja, ich bin einfach ein Cowboy. Muss man jetzt auch mal so sagen, das ist jetzt nicht so kreativ gewesen. Aber, Beyonce hat jetzt auch noch ein neues Album angekündigt und zwar schon zwei Lieder rausgebracht und die sind sehr cowboyig. Ja. I'm serving cunt, Rie. Sagt sie das? Nee. Habe ich mir aber natürlich nicht selbst ausgedacht, weil in irgendeinem Kommentar gestanden ist. Ah, super. Und das ist, ich bin dafür jetzt bereit. Ja, du hast dann geschrieben, ja, du gehst als Beyoncein, dann war ich so, ja klar, dann gehe ich ja als Rihanna natürlich und weil ich eh im Superbowl-Thema drin war. Ich habe mir gerade Superbowl-Performances natürlich angeguckt, um mich vorzubereiten auf diesen Podcast. Ist ja klar, ich gehe ja nicht unvorbereitet hier rein. Reine Recherche. Es war Recherche und dann dachte ich, naja, ganz rotes Outfit, das werde ich wohl hinkriegen. Schwangerschaftsbauch habe ich auch zufällig. It is perfect. Ich bin froh, dass keiner von uns sich für Blackface entschieden hat. Zum Glück. Ja, da finde ich, sind wir gut abgebogen, haben es beide geschafft. Aber wir sind zwei Queens heute und ja, let's talk about Superbowl, oder? Ja, also über Superbowl nicht, aber nur über die Haftime-Show. Nee, natürlich, ja. True. Wir reden über die Werbung und wir reden über das Konzert von Aschert, das von einem Football-Spiel unterbrochen wurde. Richtig. So machen wir es. Ja, ich habe ehrlich gesagt, das war das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe. Es ist aber immer so, irgendwie jedes Jahr dann erst mal Superbowl-Halftime-Show anschauen. Und ich war ein bisschen irritiert am Anfang, als Ascha verkündet wurde, weil ich den nicht so auf dem Schirm habe, ehrlich gesagt. Aber du hast nicht gewusst, dass er es heute das Erste ist? Nee, 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 nee. Schon als es verkündet wurde. Da war ich so, okay, gut. Dass der noch so ein Thema ist. Ja, ja, wir werden es mal sehen. Aber ich wusste auch schon von den Kardashians, Bildungsfernsehen, dass der in Vegas ja diese Residency hat. 100 ausverkaufte Shows hat er gespielt, habe ich gehört. Ist es schon vorbei wohl? Ich glaube, es ist vorbei und das war jetzt so sein Höhepunkt, hat er selber gesagt, nochmal nach diesen 100 verkauften Shows nochmal jetzt den Superbowl, die Half-Time-Show machen zu dürfen, nicht den Superbowl zu spielen. Ja, fast das Gleiche. Und deswegen habe ich mir das schon vorstellen können und das war ja auch so ein bisschen Vegasix-Style, habe ich das Gefühl gehabt. Kurze Unterbrechung, weil ich gerade darüber nachdenke. Du hast mich schon gerade gefragt, Taylor Swift wurde ja, es gab keinen Verlobungsantrag, du hast irgendwie eine Falschmeldung gewesen dazu. Aber hat Taylor Swift schon mal die Half-Time-Show gemacht? Nee, aber es wird wahrscheinlich bald soweit sein, oder? Das wäre ja eigentlich dieses Jahr, das wäre es gewesen. Das stimmt, ja. Aber die hat kurz davor noch ein Konzert gespielt in Japan, glaube ich. Und eigentlich ist es fast unmöglich gewesen, da zu sein. Aber wenn sich Taylor Swift mit einer Sache auskennt, dann ja mit Flügen, überall hin, auf der ganzen Welt, hast du das mitbekommen? Ja, dass es geleakt wurde, wo sie fliegt. Es gibt so einen College-Student oder so. Und sie hat so eine Website gemacht. Genau, ich glaube auf Twitter und eine eigene Website, ich weiß es nicht genau, aber der verfolgt die ganzen Private Jets von berühmten Personen und unter anderem eben auch von Taylor Swift und sie ist anscheinend einer, der, die das wirklich auf die Spitze treibt und so halt auch 20-Minuten-Flüge macht. Und er schreibt halt immer dazu, von wo bis wo sie geflogen ist, wie viele Minuten sie in der Luft war und was die CO2, was der CO2-Ausstoß davon war. Und sie klagt ihn jetzt an wegen Stalking. Aber es ist eigentlich kein Stalking, es ist eine öffentlich zugängliche Information. Und er veröffentlicht das halt einfach nur. Er trägt es halt zusammen. Genau. Auf eine Art und Weise, die er wahrscheinlich nicht unbedingt ins Image reinspielt. Also ich meine, es ist natürlich unangenehm. Auf der anderen Seite soll sie mit Ryanair fliegen oder, also sie muss halt diese Worldtour irgendwie machen. Ja, es ist ja so. Aber es sind halt auch teilweise Flüge, die nicht mal mit dieser Worldtour zusammenhängen. Da fliegt sie vom einen Ende zum anderen Ende der Stadt zum Beispiel. Also wirklich Sachen, die man mit dem Auto auch machen hätte können. Und das ist mehr so die Kritik. Ich weiß aber nicht, ob es schlau war, dass sie den jetzt angezeigt hat, weil dadurch haben es viel mehr Leute mitbekommen noch und dadurch ist das Thema noch viel größer geworden. Ja, wir kommen überhaupt auf Taylor Swift, weil wer unter einem Stein lebt und es nicht weiß, sie ist mit einem NFL-Footballspieler zusammen. Dessen Namen ich auf jeden Fall sofort immer vergesse. Ich glaube, Kelsey ist der Vorname oder der Nachname oder beides. Ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall nicht drin in der Thematik. Bist du ein Swifty eigentlich? Nee. Nee, ich auch nicht. Jetzt habe ich Angst, dass wir uns ver... Ich bin kein Anti-Swift. Nee, ich auch nicht. Ich habe größte Liebe und Respekt und alles Akzeptanz, Toleranz für alle. Aber ich bin einfach nicht... Ich habe diesen Zugang nie gefunden. Ich auch nicht, nee. Und ich weiß auch nicht, ob ich den... Vielleicht ist das aber auch nochmal was für in zwei, drei Jahren. Also ich sage niemals nie. Wer weiß, vielleicht gibt es auch... Sie hat ja die Errors. Vielleicht gibt es irgendwann eine Error, wo wir dann einsteigen. Ja, die mich eher anspricht vielleicht. Vielleicht kommt ja noch eine Mom-Era und dann bin ich dann da vielleicht da drin. Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht weiß ich nicht. Granny-Era. Ja. Wer weiß, was alles noch kommt. Aber ja, ich habe auch noch nie so richtig den Zugang dazu gefunden. Deswegen... Gut, aber zurück zu Usher. Usher, Usher. Yeah, man. Und das geht's. Also, wenn du die Halftime-Show in einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort würdest du wählen? Am Anfang habe ich gedacht, Cirque du Soleil. Boah, gute Frage. Ich würde sagen, wild. Ja, es ist so viel passiert. Oder auch 2000er. Ja. Also mich hat es auch nicht so abgeholt, muss ich sagen. Ich habe währenddessen gedacht, okay, das könnte mir Rella besser gefallen als mir. Weil es auch... Also ich glaube, du hörst ja viel mehr R'n'B als ich zum Beispiel. Ja, ich muss sagen, für mich ist ja Usher tatsächlich so ein Kindheitsidol gewesen. Das war mein allererstes Referat, habe ich ja über Usher gehalten. Ich glaube, ich glaube, in der fünften Klasse oder so. Ja. Ja. Und das war ganz weird für eine Gruppe fast pubertierender Leute irgendwie Confessions anzumachen oder irgendein Lied anzumachen und es geht los mit... Das ist what you do. Das ist what you do. Und alle sind so, warum stöhnt dieser Mann ins Mikrofon? Leute, das ist Usher. Versteht ihr? Cool. Ja. Also für mich war das schon ein großes Thema. Dann natürlich auch noch Alicia Keys war ja auch da. Das war eigentlich so meine... Wenn ich damals ein Lied gesungen habe, habe ich natürlich Alicia Keys Fallen gesungen. Na klar. Ja. Das ist zwar jeder DSDS-Staffel dabei und so war ich auch dabei quasi. Mindestens einmal im Recall oder so und dann nochmal auf der Bühne. Aki war Fallen. Aber der Flügel, sie sah es an dem Flügel. Der war wunderschön. Das war Hammer, oder? Also es war an sich einfach wirklich so ein ganz großer Throwback in die 2000er oder sowas in die Richtung und es war aber, es war viel. Also ich finde die Halftime-Show ist immer viel und es ist ja auch, die haben irgendwie 13 Minuten und müssen dann quasi ihre ganze Karriere einmal präsentieren und wollen irgendwie alles reinkriegen und wollen alle glücklich machen, dass ihr Song quasi irgendwie mit drin ist oder sich selber repräsentieren oder was auch immer. Und ich glaube, das ist sehr schwierig, da auch für KünstlerInnen da den richtigen Weg zu finden. Aber es war einfach, es ging ja los und das war wirklich so Cirque du Soleil und es fliegt einfach so eine Person einmal durch den Bildschirm und man ist so, what? Hä? Ja, und ganz viele Pyramiden und Brücken und naja, ein Rad wird noch geschlagen irgendwo. Und dann kommt man aber irgendwie wieder so, eher so Karnevalsmäßig tatsächlich dann auch. Also es war, es war viel. Was mich ein bisschen an Vegas erinnert hat, so diese Federn und das war schon der Show. Ich wollte aber auch so sagen, so hey, ich komme gerade aus Vegas. Kann sein, ja. Ich habe da mein Ding gemacht und ich bringe die Leute mit. Er hatte ja auch mehrere Outfits gehabt. Die Rollschuhe, das fand ich so lustig. Er ist ein bisschen Rollschuhe gefahren auf der Bühne. Aber ich hatte die ganze Zeit kurz Angst, so Gott, der alte Mann, nicht, dass der sich noch was bricht, aber es ist natürlich Usher und er kann natürlich auch auf Rollschuhen tanzen, das ist absolut klar. Aber das erste Outfit war ja so ein weißes Outfit mit auch so einem Umhang und dann so Handschuhen, die so strass besetzt waren. Aber war das nur ein Handschuh und das war dann irgendwie Michael Jackson? Er hat ja zwei, aber ich glaube später hat er einen auch ausgezogen. Hat sich auch komplett nochmal ausgezogen. Warum? Das habe ich nicht ganz verstanden. Weil es Usher ist. Ja, because he can. Ja, wirklich. Aber das war einfach so, ich war wirklich irritiert von allem, was so passiert ist, weil es einfach so, es hat nicht so richtig gewirkt wie eine Stringenzshow, es war wirklich wie ein Fiebertraum, es war eigentlich wie ein Schwangerschaftstraum, weil in der Schwangerschaft traut man besonders wild und das war wirklich so, man fragt sich die ganze Zeit, warum? Ja, genau. Warum passiert das? Warum hat er jetzt plötzlich kein T-Shirt mehr an? Du hast gerade das eine verarbeitet, dann ist schon wieder das nächste losgegangen. Ja, du kannst gar nicht irgendwie drüber nachdenken. Aber ja, ich fand's, musikalisch fand ich's gut und mein liebster Part war glaube ich so dieses Let It Burn und danach kam dieses, naja, dieses andere Lied. Das fand ich am schönsten, weil er da so stand und es war ein bisschen ruhiger und hat einfach schön gesungen und man hat wieder gemerkt, oh mein Gott, das ist einfach ein toller Künstler und er steht, er hat einfach tolle Musik gemacht und das stand da so für sich und das fand ich irgendwie, das hat mir am besten gefallen und danach musste er sich natürlich ausziehen und da waren halt so viele Lieder auch dabei, die ich überhaupt nicht mehr im Kopf hatte und dann war, ach ja, stimmt und das auch noch und das ist ja eigentlich ganz gut bei so einer Half-Time-Show, dass man nicht mit allem rechnet, aber dann passt schon allemal an so. Ja, aber es war irgendwie, ich hab da nochmal im Vergleich zum Beispiel auch Rihanna angeguckt. Hast du nochmal? Ja, hab ich nochmal angeguckt und auch nochmal, ich hab nochmal bei Justin Timberlake reingeguckt, hab nochmal so ein bisschen geguckt, weil ich mich gefragt hab, sind die immer so wild oder war das jetzt besonders wild und also es war schon besonders wild. Ja. Also Rihanna war dagegen sehr minimalistisch, fast schon. Das ist mir aber letztes Jahr aufgefallen, war das letztes Jahr? Ja. Also das war ja wirklich mal sehr reduziert und selbst die Bühne war reduziert auf eine Art, also sie waren natürlich trotzdem krass, aber da ist relativ wenig passiert und man konnte immer mitkommen mit dem, was jetzt abgeht. Voll und ich muss sagen, ich fand, es war eine viel bessere Show tatsächlich, weil es einfach so sehr stringent war und man ist mitgekommen. Die hat einen mitgenommen auf eine Reise und sie musste auch nicht sich die ganze Zeit umziehen und es war ja wirklich eigentlich die ganze Zeit nur sie in diesem Rot und alle Tänzer in diesem Tamponkostüm mehr oder weniger, also alle in Weiß und es war halt ganz viel Choreo und ganz viel, es war halt super modern auch. Das war, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Also das war ja auch von den Tanzmoves, weil es ist ja auch viral gegangen und Memes über Memes sind dadurch entstanden, aber es war so einfach so richtig so am Zeitgeist irgendwie dran und das wirkte so von Asher einfach so komplett, ne ich mach halt das, was ich schon seit 30 Jahren mache. Genau, ja, auch die Moves waren irgendwie so, wie sie halt früher waren. Ja, ich habe vor allem vor drei Tagen habe ich noch so ein Reel gesehen, wo jemand genau diese Moves, wo er dieses Tucking macht, also sich so ganz hackig bewegt, ich weiß gar nicht mehr, ob das überhaupt Popping, Locking, Dropping, was auch immer. Tutting heißt es, glaube ich. Tutting. Ich weiß es aber nicht, das ist vielleicht auch wieder falsch, es ist schon so lange her, dass ich mich damit beschäftige. Aber, dass jemand da geschrieben hat, please somebody tell Asher that we don't do this anymore und dann macht er genau das in der Halftime Show und ich musste so lachen, weil ich dachte so, ja es ist aber auch Asher egal und das kann ihm ja auch egal sein. Das war irgendwie auch okay, aber es war so ein bisschen… Und ich glaube, wir vergessen auch, dass wir sind ja nicht die einzigen, die Superbowl Halftime Show schauen. Also vielleicht sind wir die, die ja am meisten danach im Internet drüber reden, aber es gibt ja so viele, die damit auch schon richtig aufgewachsen sind oder auch schon erwachsen waren, als der dann berühmt war und denen ist das auch egal, ob das jetzt noch komplett am Puls der Zeit ist oder halt einfach auch in dieser Zeit geblieben ist ein bisschen. Ich liebe auch dieses Mikrofon, was er hat. Das hat so gewackelt. Es ist so ein Britney-Mikrofon, was man auch von vor 20 Jahren kennt. Niemand hat so ein Mikrofon heutzutage noch. Warum hat er das? Auch so groß, so mitten im Gesicht vorne dran. Ich habe das Gefühl, technisch gibt es da auch viel charmantere Varianten, die nicht so aussehen, als ob der irgendwie so eine feste Zahnspange mit so einem Ding auch noch hätte. Also es ist wirklich einfach, wow, man fragt sich nur so. Aber dann das große Finale mit Yeah war natürlich, das fand ich schon gut. Darauf habe ich auch die ganze Zeit gewartet, dass das dann irgendwann kommt, aber hat er gut gelöst, glaube ich dann. Und dann war aber auch sofort, da gab es überhaupt keinen Moment, wo er noch dastehen konnte und einen Applaus irgendwie genießen konnte. Dann kam sofort Apple Music, Haftime Show und das war so wirklich auf die Sekunde getaktet. Aber das ist immer so, habe ich das Gefühl. Das ist immer so. Die müssen auch auf die Sekunde anfangen, was das für ein Druck sein muss. Vor allem wahrscheinlich wissen die ja auch gar nicht, ich weiß nicht, wie Sport funktioniert, aber wahrscheinlich ist es nicht auf die Sekunde genau, dass es endet, sondern vielleicht gibt es eine Nachspielzeit oder was weiß ich. Und dann müssen die wahrscheinlich irgendwie schon so die ganze Zeit ready sein und auch schon so gehypt und jetzt geht es gleich los. Ah nee, jetzt geht es auch nicht los. Jetzt geht es gleich, oh jetzt, nee, nee, 10 Sekunden, was? Nee, noch 30 Sekunden. Also das muss so voll der Stressmoment sein und dann geht es los. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was der erste Song war. Baby Tonight. Das gab es nicht. Das gab es ja leider nicht. Aber das ist einfach, das muss super stressig sein, weil es ja so getaktet ist. Direkt am Anfang ein Kamerafehler. Ich glaube, Kameramann ist gefeuert oder Kamerafrau. Wo die Kamera nach links irgendwie geswitcht ist. Ja, es macht so einen komischen Wackler. Das kann nicht geplant gewesen sein. Und danach ist die Kamera möglich. Wirkt es, als wäre jemand dagegen gelaufen. Vielleicht noch jemand einen Flickflack gemacht und gegen die Kamera gestoßen. Ja, wirklich. Die falsche Richtung geflogen, wurde nicht gefangen. Wirklich. Ja, es kann sein. Ja gut, aber ansonsten war das schon fein. Ja, das Ende war super. Luther Chris, Lil Jon, der durfte auch nochmal, okay, 2000 Mal machen. Das hat mich schon sehr abgeholt. Luther Chris hat auch eine ganz wilde Frisur gehabt. Ja. Was macht der eigentlich? Ist die okay? Das war der Gig. Das war sein Ding. Aber ich finde es irgendwie auch schön. Der hat da irgendwie ein paar Leute auf die Bühne gebracht. Her war ja auch als Gitarristin da. Das hat sie mega gemacht. Ja, aber ich hätte gerne auch mehr von ihrem Gesang gehört. Ja, die kann auch so tauschen. Das war irgendwie ein bisschen. Ja, jetzt mal kurz. Gitarre hat sie aber super gespielt. Es ist kurz und knackig. Es fühlt sich schon auch ein bisschen rushed an. Aber alles in allem würde ich sagen, es war eine gute Show. Es hat zu Usher gepasst. Aber es hat mich auch jetzt nicht, ich glaube nicht, dass da so viele Memes von entstehen werden. Es hat mich auch nicht so berührt. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr Memes gesehen von anderen Sachen, die beim Superbowl passiert sind. Was denn? Zum Beispiel der Freund von Taylor Swift, als er dann gesungen hat, Viva Las Vegas, hat er ganz laut und viel zu lange geschrien und danach wurde Taylor Swift eingeblendet und sie hat so ein bisschen gezwungen, gelächelt. Das war so ein bisschen unangenehm und darüber habe ich viel mehr gesehen. Oder der Nickelodeon-Stream hat auch über Superbowl, hat den halt auch gestreamt, was ich auch lustig finde. Warum läuft das auf Nickelodeon? Und da waren halt unten so, wie als wäre es bei Spongebob im Fernsehen gelaufen. Und dann stand da halt der Name und Plays Good Football oder irgendwie sowas zu einem Spieler. Ach, das sehe ich. Oder dass sie da vorher wie so eine Fashion Show, als die ganzen Spieler angekommen sind und alle ihren Auftritt noch hatten vor dem Spiel. Es ist so ein Event, das ist echt krass. Das ist echt ein krasses Event. Da gibt es auch nichts Vergleichbares hier in Deutschland. Nee, und deswegen wird es glaube ich auch so in Deutschland mittlerweile auch so gefeiert. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Leute so interessiert an dem Spiel und an dem Sport auf einmal sind, dass das der Grund wäre, da einzuschalten. Ich verstehe aber auch nicht, dass man jetzt da nachts wach bleibt. Das mache ich schon am nächsten Morgen. Ja. Weil sich auch nichts geändert hat. Ja, vor allem als ich es heute geguckt habe, ich glaube um 10 Uhr oder irgendwas, da war der offizielle Halftime-Apple-Music-Ding, war es eine Stunde online. Genau, ich auch. Das heißt, ich hätte gar nicht früher auf dem Rauchen. Ist so. Ist so. Ich habe es dann auch, da stand auch eine Stunde. Ja, guck mal, dann haben wir es gleichzeitig geguckt. Im Chat. Hi. Warst du sexy Cowboy? Ja. Sexy Cowboy, 69. Nein. Ich habe gerade kurz überlegt, dein Geburtsjahr zu sagen, dann war ich so. Aber andersrum. Bist du 96? Ich bin 96 geboren, ja. Und dann, hey, cheeky. Ja, hey, um es sexy zu machen. Ja. Was warst du? Bad Guy Riri 2. Ja, Bad Guy Riri. Gott. Ja, nee, also ich bin auf jeden Fall, Rihanna war, jetzt nochmal anzugucken, es war einfach eine krass gute Performance. Ich fand, es war wirklich 10 von 10. Ja. Ich finde, es wird schwierig, das zu toppen. Obwohl es so reduziert war und mit reduziert meinen wir, es sind verschiedene Bühnen durch die Luft geschwebt. Aber es war wirklich, im Vergleich dort. Es war so irgendwie einfach stringenter. Ja. Und da gab es eine Struktur, der konnte man folgen. Hatte Rihanna andere Featured Alice dabei? Ich glaube nicht. Nee, ne? Kann sein. Und vielleicht war es auch deswegen, weil sie nicht so viele, das ist ja auch mal ein bisschen ein Problem so, du wirst dann auch die, mit denen du irgendwann mal zusammengearbeitet hast, damit sie noch Tributzäulen irgendjemanden, wenn du das alles einbauen möchtest. Ja. Habe ich überlegt gerade, wenn man an Rihanna denkt, mit Drake hatte sie einen großen Song, aber was sonst noch? Ähm, Paul McCartney. War das nicht? Stimmt. Ja. For five seconds. Stimmt, das hätte sie machen können. Kanye West war auch dabei. Ja, aber die hat gesagt, hey, ich habe hier schon ein Kind, ich bin ich und ich habe ein Kind dabei. Es muss reichen. Ich finde das auch voll in Ordnung. Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass sie das gebraucht hätte, weil es hätte Ascher auch nicht gebraucht. Er hätte auch einfach nur seine Lieder und es wäre ja auch gut gewesen. Ja, das ist ja aber auch immer ganz cute, wenn dann irgendwie noch andere mit drauf kommen und gerade irgendwie Alisha Keys auch, die hatten ja echt ein paar Hits zusammen. Und da war Fuego auf der Bühne, sage ich gerne. Habe ich mir auch gedacht. Ich war auch so, hey, also ich singe oder? Du hast da gerade was am Laufen bei den beiden. Ja, da war Fuego. Sag ich gerne. Kann man wirklich sagen. Aber die sind auch, da habe ich mir gedacht, die sind auch zwei alte Showhasen. Weißt du? Ja. Ich hatte kurz Angst, dass wieder sowas passiert wie bei Janet Jackson und Justin Timberlake. Was ist da noch passiert? Weil er sie dann so von hinten umarmt hat, da ist doch hier der Nipplegate. Oh, stimmt, ja. Ja, wir wissen alle nicht, was da wirklich passiert ist. Aber, naja. Naja gut, da war ich kurz, da hatte ich kurz spitze Hände. Aber sie hatte, glaube ich, ein stabiles Outfit an der Alisha Keys. Das war irgendwie Corsage. Und Asher wusste, wo er, seine Blicke, die waren eindeutig, aber die Hände haben sich zurückgehalten. Fand ich aber auch, also die, wenn es nicht echt war, dann war es sehr gut geschauspielert. Weil es hat sehr, man hat eine Verbindung bei den beiden gespürt. Ja, die kennen sich schon so lange. Die werden sich bestimmt auch mal näher gekommen sein. Die werden auch mal geküsst haben. Abschließend möchte ich noch das letzte Outfit noch ansprechen. Der hatte ja ein Glitzer Outfit an, wo ein Sixpack nochmal oben drauf geklebt war. Und das fand ich, das war so ein Detail, wo ich mir dachte, na klar, klar zieht er sich Cat-to-Tow-Glitzer an, aber trotzdem muss dann nochmal mit Schwarz so ein Sixpack auf den Bauch geklebt sein, damit die auch alle wissen, ja, he's shredded und er ist auch trotzdem sehr männlich. Wie alt ist Asher eigentlich überhaupt? Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gedacht, du, in meinem Referat stand es drin, wann er geboren ist. Das ist leider schon eine Weile her. Ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass er 50 ist. Wahrscheinlich. Wie alt ist denn Beyonce? Da weiß man ja auch nicht genau, wie alt sie ist. Es gibt ja Gerüchte, dass sie älter ist, als sie eigentlich ist. Es gibt auch irgendwie Gerüchte, dass sie die Mutter von Solange ist und nicht die Schwester. Und das wird stimmen. Da wird aber Solange in dem Elevator ordentlich Gas gegeben bei ihrer Mutti. War da nicht sie einfach nur daneben gestanden? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig. Da gibt es auch schon wieder Gerüchte darüber neu, dass Jay-Z anscheinend Beyonce immer gedrückt und dass er so halt die komplette Kontrolle über sie hat. Und deswegen ist sie so abgegangen und deswegen hat Beyonce auch nichts dagegen gemacht, weil sie quasi für sie gehandelt hat. Ich habe aber, Beyonce ist auch keine impulsiv... Also die kann, glaube ich, richtig... Aber ich glaube, die ist eher eine calm, collected person. So wird sie immer, oder? So kommt sie zumindest drüber. Also die wirkt sehr kontrolliert in allem, was sie macht. Was sagst du denn zu den zwei Country-Songs? Ich finde es super. Ich habe sie heute Morgen schon je zweimal gehört. Und mir gefallen sie echt super gut. Mir haben auch schon... Sie hat doch mal bei Lemonade auch schon einen Country-Song gehabt und der hat mir auch super gut gefallen. Und ich bin bereit dafür. Ich bin ein weißer Mann und komme auch langsam in ein Alter, wo ich mir darüber Gedanken machen muss, welche Musik ich höre. Und Country ist da immer die richtige Wahl. Ich liebe das, dass du all das sagst in diesem Outfit gerade. Richtig. Das ist wirklich... Es könnte besser nichts sein. Kannst du noch einmal Howdy sagen? Howdy! Wie hat es dir gefallen? Mich hat es gar nicht abgeholt. Ja, ich werde natürlich das Album anhören und dem auch eine Chance geben. Klar, ich will von der Beyoncé, bevor ich da eine Tür verschließe, da muss schon einiges passieren. Aber ich habe sie nicht mal ganz durchgehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hat mich überhaupt nicht... Ich mag überhaupt kein Country tatsächlich. Kinder-Country, lecker. Aber Country-Music, mhm. Okay, ja gut. Das verstehe ich. Also ich glaube, Country ist auch eine der... Das ist eigentlich wie Schlager. Entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich muss auch bald einen Country-Song rausbringen. Weil einen Schlager-Song habe ich ja schon mit Trosschlamydien. Wenn jetzt Beyoncé das macht, dann muss ich das ja eigentlich auch machen. Kann ich mir da die Crocs ausleihen? Ja, super gerne. Sag einfach Bescheid. Das wäre ja nicht das erste Foto-Schwing, wo ich deine Crocs anhabe. Tatsächlich, diese Rosanin auf dem Trash-Paradise-Cover. Ja. Ja. Wenn du Crocs brauchst, sagst du Bescheid. Ja, wir haben ja auch die gleiche Schuhgröße. Da zieh ich eine dicke Socke an. Passt. Dann passt das schon. Die sind ein bisschen eng, also das könnte sogar wirklich hinhauen. Ja, super. Perfekt. Ich glaube, Country macht ein Comeback, ehrlich gesagt. Also Country war ja nicht weg. Ja. Aber ich glaube schon, dass es größer sein könnte in nächster Zeit. Wirklich? Jetzt, wo Beyoncé das macht. Ich weiß. Casey Musgraves wird auch immer größer, habe ich das Gefühl. Vielleicht wird die auch nur bei mir immer größer. Ist die Country? Die ist Country, aber modern. Sehr moderner Country. Aber Taylor Swift macht doch zum Beispiel kein Country mehr, oder? Nee, stimmt, ja. Die Era ist Vergangenheit. Aber es kommt doch jetzt bald ein neues Album. Stimmt, ja. Auch in die Kritik gekommen dafür, dass sie das bei den Grammys angekündigt hat. Warum? Weil man sowas nicht bei den Grammys macht. Und weil das nicht der Raum voller Fans ist, vor dem man das verkündet, sondern der Raum voller Kollegen. Und es geht nicht um dich, sondern es geht hier um alle und du hast nichts zu sagen, dass dein neues Album rauskommt. Aber hat sie das nicht so secretly nur gemacht, mit so kleinen Rätseln, dass sie so irgendwie was anhatte? Nee, nee, sie hat gesagt, mein new Album ist coming out. Ach so. Ach nee, dann hat sie es wirklich ziemlich eindeutig. Secretly hat sie gesagt, new music. Aber dann hat sie die Tage davor irgendwas gemacht, glaube ich. Ich glaube, ja. Wir sollten aufhören, Halbwahrheiten über Taylor Swift zu verbreiten. Das wird ganz schlimm enden für uns. Hier geht es schon schlecht genug. Deswegen lassen wir sie jetzt mal in Ruhe. Wird aber dann das ganze Beyoncé-Album so country sein? Das weiß ich nicht. Oder sind es nur diese zwei Songs? Es können auch nur diese zwei sein. Das weiß man auch nicht. Und dass das so der Aufhänger dafür ist. Wann kommt das Album? Ich glaube... März? März, ja. Irgendwann im März. Und ich glaube aber, jetzt nochmal zum Country-Thema zu kommen. Tracy Chapman, glaube ich, heißt sie mit Fast Car. Hat ja auch bei den Grammys noch einen Auftritt. Den ersten seit Jahren. Mit einem Country-Sänger. Der heißt Luke, glaube ich. Ja, klar heißt er Luke. Ne? Und da haben auch alle geweint darüber. Und das war ja auch so country-mäßig. Und deswegen, ich glaube, es ist... Da ist es auch nur ein Amerika-Ding. Ich glaube, vielleicht war auch Country nie wirklich weg. Ja, ja. Und es ist eher so... Weil ich meine, Miley hat ja früher auch Country gemacht. Dafür habe ich auch gelebt. Das fand ich übrigens war der beste Grammy-Auftritt von Miley. Also der von Miley-Series. Der war so gut. Ich habe das so geliebt. Ich fand, die hatte so eine Ausstrahlung. Ja. Und die hatte so Spaß. Und die war so cool. Ich dachte einfach nur so, ich will einfach nur so cool sein, Miley-Series, als ich das gesehen habe. Und so trainierte Arme haben gerne. Ich liebe eh die Miley-Series, ja. Und die ist ja so cool. Diese Haare... Geil, oder? Die waren so geil. Die hatte so ein richtig... So nach hinten, so richtig irgendwie... Wie aus einem Wham-Musikvideo. Ja. Aber noch cooler. Und die war einfach so voller Energie. Und ich fand das einfach so geil. Ohne Scheiß. Ich habe das gesehen und war so, yes, Queen. Und sie hat weird getanzt, aber die hat so gefühlt, dass es dann auch schon wieder gut war. Die hat das so ein Dance-Break gemacht. Und sie hat so ganz weird nochmal getanzt und ich war so, yes, yes, give me more. Und hat sich darüber beschwert, dass die Leute nicht genug mitsingen und mittanzen und so. Yeah, so. We're acting like a daughter's in our song. Ja. Und das war immer nur lustig. Und jetzt auch auf so eine sympathische Art und Weise irgendwie gemacht. Ja, voll. Ja. Und dann einfach sich auch wirklich darüber gefreut, dass sie diesen Grammy gewonnen hat. Das war irgendwie sehr, sehr, sehr süß. Wir haben jetzt so viel über Amerika und Popkultur gesprochen, dass ich das Gefühl habe, eigentlich, warum werden wir eigentlich da nicht eingeladen? Weil ich finde, wir sind hier die, wir sind die Steven Gäthjens aus Nürnberg. Stimmt. Weißt du, was ich meine? Wir haben doch auch letztes Jahr noch gesagt, dass wir eigentlich gerne mal auf die Fashion Week schnippern wollten. Ja, wie ist eigentlich da der Stand bei dir? Ich habe eine Einladung bekommen zu einer Fashion Week, aber kann ich nicht. Ja. Mein Stand ist, ich habe schon mehr keine Lust mehr. Ja, ich habe es jetzt, ich vergesse ehrlich gesagt immer, dass Fashion Week es gibt. Also bis es soweit ist. Bis die Leute sagen, ich bin jetzt da und dann bin ich so, ah. Oh. Und dann ist es, also ich würde immer noch gerne mal vorbeischauen. Auf jeden Fall würde ich mir anschauen. Aber warum müssen die da eine Woche davor Bescheid sagen? Ich brauche da mindestens drei Monate Zeit. Der Druck, ein Outfit zu finden, das adäquat ist für die Fashion Week. Okay, du hast recht. Du hast es heute Morgen zusammengestellt, das Outfit. Ganz nebenbei. Ja, eben. Aber ich bin schon wieder an dem Punkt, dass ich gar keine Lust mehr auf so Events und Leute habe. Vielleicht auch, weil ich irgendwie die Tour gemacht habe und die ganze Zeit so viele Leute um mich herum hatte oder gesehen habe. Die soziale Batterie, ne? Die ist wirklich, das wäre jetzt für mich wirklich die Horrorvorstellung, jetzt irgendwo hinzugehen und dann Smalltalk mit irgendwelchen Leuten zu halten. Mit einer Windtour. Ich würde mich nicht mit ihrem Arschloch angucken. Nee. Das ist auch vollkommen okay. Das ist echt in Ordnung, ja. Aber nee, ich bin schon wieder raus irgendwie aus dieser ganzen Sache. Ja, ich glaube, es ist eine Sache, die muss man nicht, muss man, man muss sich auf allen Ich glaube, es sieht so glamourös nach außen, denn außen so fun und lustig und das ist, glaube ich, einfach nur anstrengend. Ich glaube auch, dass es wahnsinnig stressig ist und dann, wenn du zu mehr als einer Show gehst, wird es schon anstrengend. Musst du direkt danach weiterfahren und. Ja. Nee, wenn, dann würde ich nur New York Fashion Week, da würde ich mich zu aufrappeln. Also so richtig anstrengend. So richtig, richtig anstrengend dann gleich, ja klar. Ja, oder Paris, wie wir sagen. Ah, Le Paris. Le Paris. Le Paris. Wie wir Locals sagen, Paris, ja. Ich würde dann hingehen, aber ich würde dann auch gleichzeitig noch einen Urlaub dran hängen wollen. Ja, ja, natürlich. Das ist sich auch lohnt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Leute Business-Trips machen und dann nicht direkt einen Urlaub dran hängen. Ohne? Das ist ja auch dein Plan. Ja. Jetzt nach der Tour. Ja, nee, habe ich verworfen übrigens. Oh, okay. Mein letzter Stand war das nach der Tour noch ein kurzer. Ja, ich wollte eigentlich in der Schweiz bleiben. Ich habe ja jetzt, also die Deutschland- und Österreich-Termine, die habe ich abgehakt. Jetzt geht es nochmal ins Ausland für die weitere Tournee. Da habe ich noch einen Stopp in Zürich. Und dann ist es wirklich tatsächlich geschafft, nächste Woche. Und ich wollte eigentlich dann noch eine Woche in der Schweiz bleiben, aber ich habe das auch gesagt, weil ich gesagt habe, ich will einfach nur zu Hause sein und meine Ruhe haben. Verstehe ich. Ich war jetzt so viel unterwegs die letzten Zeiten. Ich bin ja auch so ein Trinni und ich liebe es zu Hause. Und ich war, ich will es einfach, ich will, dass das Kind in die Kita geht, dass alle ihren Alltag haben und dass ich zwischendrin ein bisschen was machen kann, wenn ich noch irgendwas machen will. Wenn ich vielleicht noch ein Video drehe, oder was weiß ich, aber auch einfach mich um so Haushaltssachen kümmern, irgendwas noch am Haus rumdaddeln, vielleicht irgendwas mal fürs Baby, irgendwas vorbereiten. Ich habe jetzt erst vor zwei, vor einer Woche habe ich die erste Babykleidung gekauft. Ich war in einem Laden, weil ich was für meine Tochter gebraucht habe und war dann so, ich habe dann die Babysachen gesehen und war so, ich kann ja jetzt wieder Babysachen holen. Also ich meine, wir haben auch vieles vom ersten Kind, was man noch wieder verwenden kann. Aber es war so total für mich so, das passiert ja jetzt wirklich, es kommt jetzt einfach ein Baby. Dann haben wir so ein paar Sachen ausgesucht und das war voll süß und voll schön. Die sind ja wieder so klein, die Sachen. Sie sind menschlich menschlich. Die sind so klein. Ja, so ries. Und einfach solche Sachen, sich wieder irgendwie alles herzurichten und zu waschen. Macht ja auch Spaß. Voll. Ich habe der Nesttrieb, der kickt, der Nestbautrieb kickt natürlich. und deswegen will ich einfach nur zu Hause dann sein und meine Ruhe haben. Ich verstehe es vollkommen. Also ich will mir nicht vorstellen, wie anstrengend das ist sowieso schon. Und dann auch noch schwanger das Ganze zu machen, das stelle ich mir wirklich unvorstellbar. Ja, das war jetzt echt anstrengend. Ja. Ich hatte schon bessere Ideen. Ja, gut. Davor weiß man es immer. Du hättest es schon mal wissen können, aber man vergisst. Man vergisst alles und die erste Schwangerschaft war auch ganz anders. Vielleicht habe ich es auch wirklich vergessen, aber ich hatte nicht das Gefühl, mein Bauch ist halt jetzt auch viel schneller, viel größer und es ist alles, ich habe wirklich, es ist einfach nur zwickt und zwackt und das Krasse ist ja auch, wenn ich auf der Bühne bin oder auch kurz vor, ich merke ja gar nicht, wie anstrengend das ist. Also ich stehe, ja, nee. Echt? In dem Moment bist du dann? In dem Moment, weil du so auf Adrenalin bist, dass du einfach, ich merke das nicht, dass mir gerade irgendwas wehtut oder dass irgendwas, also wenn ich, ne, vergleiche, jetzt ist irgendwie 20 Uhr geht die Show los und ich stehe da und singe und tanze und mache und stehe auf und mache das zwei Stunden lang und das funktioniert und wenn jetzt jemand sagt, würde geh mal zwei Stunden im Park spazieren, würde ich sagen, schaffe ich nicht. Ich würde nach zehn Minuten umdrehen, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Mein Rücken tut mir weh, meine Beine tun mir weh. So wirklich, ich bin außer Boost, ich kann das nicht. Aber ich, dadurch, dass du halt so voller Adrenalin bist, habe ich es einfach null gemerkt und merke es dann immer danach, sobald die Anspannung abfällt, wie mein Körper einfach weh tut, wie so Muskelkater. Also es ist, glaube ich, wirklich vergleichbar mit irgendwie Sport tatsächlich. Das ist echt krass. Das ist einfach so richtig, so muss hier oben, halt alles, was man auch so ausgleicht, um irgendwie gerade zu stehen und den Bauch zu halten und was weiß ich, dass mir einfach alles weh tut und ich danach richtig so fertig, einfach körperlich und dann auch emotional und alles einfach fertig war und einfach dann immer so zwei, drei Tage Regenerationszeit tatsächlich auch brauche. Und meistens ist ja der nächste Tag nochmal ein Auftritt. Ja, das geht, zwei hintereinander gehen eigentlich immer ganz gut. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil der zweite meistens so ein bisschen entspannter dann für mich ist, weil ich dann das Gefühl habe, ja, es hat ja gestern schon geklappt, dann wird es heute auch klappen. Ja. Aber ja, ich bin, also es ist irgendwie ganz surreal, glaube ich, noch, habe ich, glaube ich, immer noch nicht ganz verstanden, was ich da mit dieser Tour gemacht habe. Also, dass das so irgendwie, es war schon echt crazy cool und ich glaube, es braucht so ein bisschen Zeit, bis ich das alles so verarbeite und dann darauf zurückblicke und dann auch die Aufnahmen mir angucken kann und das sehen kann, was da so groß war. Jetzt wurde wieder gefilmt, ne, in Berlin? Ja, in Berlin haben wir für Social Media mal ein bisschen gefilmt. Also, da wird irgendwann mal was kommen, aber ich weiß auch noch gar nicht, wann und wie und wo. Aber ich glaube, es war gut, dass wir es gefilmt haben, weil es halt voll die schöne Erinnerung ist. Dich auch einfach, ne? Weil ich ja das Programm auch ziemlich wahrscheinlich nicht noch einmal so machen werde, sondern wenn dann irgendwann mal ein komplett neues Programm, denke ich. Ja. Und deswegen war das echt eine coole Erinnerung. Berlin war auch nochmal crazy, die Leute waren so crazy drauf. Ja. Ich habe nur die Bilder von der Location gesehen und dachte so, wow, das ist so schön. Es war so ein Clash, weil es war halt so witzig, weil es wirklich so, der Saal, der Admiralspalast, das hat halt so rote Polster, Sessel und hat noch so alte, so gemählte Sachen überall. Und dann ich auf der Bühne, wir gucken den Bachelor an oder was weiß ich und kommen auf einem Einhorn reingeritten und so. Das war so richtig Clash der Welten. Ach, Strauß-Klamydien. Ja. Aber es war voll schön. Die Leute haben nochmal echt alles gegeben. Es war wirklich absurd. Ja, mega. Es war nochmal ein richtiges Highlight. Und jetzt komme ich ja nochmal Zürich. Also nochmal. Das hat jetzt nochmal der Applaus. Da kannst du jetzt auch zehren davon. Vielleicht muss ich nochmal irgendwas zum Schweizer Bachelor reinbringen. Muss ich mal gucken. Stimmt. Oh mein Gott, das wäre so lustig. Irgendwas Kleines vielleicht, ja. Hast recht. Würde sich anbieten. Würde sich anbieten. Aber ja, das schaffst du noch. Und dann habe ich endlich. Ab in die Rente. Für die nächste Zeit. Ja. Ich wollte ja eigentlich noch ganz viel machen vor der Babypause, aber ich habe das jetzt alles auch abgesagt, weil ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ist auch in Ordnung. Ja. Ich wollte eigentlich noch irgendwelche Drehs machen und dafür nochmal nach Berlin fahren und so. Und ich war so, nee. Nee, das mache ich dann alles danach. Das muss jetzt auch nicht alles davor passieren, aber irgendwie war das jetzt dann, habe ich mir ein bisschen zu viel zugemutet und ich bin froh, dass ich es jetzt alles geschafft habe und. Man hat ja auch immer so Vorstellungen. Das ist ähnlich wie bei der Fashion Week. Man denkt immer, alles wäre so cool und schön und macht ja auch Spaß. Ja, ja. Aber was halt da mitkommt und die ganze Arbeit und so, das sieht man ja dann im ersten Moment nicht, wenn man sich so Pläne macht. Voll. Und was ich immer vergesse bei so Planungssachen ist, es ist ja dann nicht nur der Dreh, der dann stattfindet, sondern es ist ja die ganze Vorbereitung. Und die ganze Nachbereitung. Also wenn du es eben selber auch schreibst und Skriptest und Redaktionen, das muss ja alles passieren und danach musst du es dann schneiden. Sichten, Feedback schleifen, bla bla bla. Das ist so, das ist ja nicht dieser eine Tag, also es ist selten so, dass irgendwas an einem Tag irgendwie durch ist, sondern das hat so einen Rattenschwanz und den habe ich jetzt abgeschnitten und die Rate habe ich auch rausgekickt und ich mache jetzt einfach ganz chill. Ja, jetzt noch einmal. Ja, ach, das kriegen wir. Hier, guck mal, wo es der Ärmel ist, das kriege ich da noch rausgeschüttelt. Ja. Es ist jetzt wirklich so, dass ich das auch so sicher mit dem Skript und allem bin, dass es sich schon… Dass es läuft. Das läuft, ja. Und es macht auch Spaß. Ich kann es richtig jetzt genießen, habe ich das Gefühl, dass ich nochmal, weil ich weiß, ich muss es nicht, ich kann, ich darf, also ich darf es noch einmal machen und dann ist es auch wirklich rum. Ja, am Anfang ist es ja so, ich muss es noch elfmal machen oder so. Ja, das fühlt sich riesig an dann, ne? Jetzt ist es einfach vorbei fast, das ist so absurd, weil es ging so schnell dann doch, also es hat sich angefühlt wie so ein riesiger Berg an Arbeit und jetzt ist es aber irgendwie auch schon fast rum und es ging dann doch schneller, war dann doch gar nicht so anstrengend, habe nur ungefähr jeden zweiten Tag geheult, aber sonst war es super. Ja. Aber es gehört auch dazu. Kannst du stolz auf dich sein, wenn du es dann geschafft hast. Kann es auch jetzt schon sein, aber… Yes, 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 yes. So ist es. We did it. Jetzt bei Veranstaltungen zu bleiben, wir haben letztes Mal über die Adele-Tickets gesprochen, jetzt sind die rausgekommen, hast du welche? Wir haben ja erstmal falsche Informationen verbreitet, das ist vier Konzerte, es gibt ja doch zehn Konzerte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es noch die aktuelle Info, es tut mir leid. Ja, wollte ich mich auch erstmal entschuldigen. Die Antwort lautet nein. Und du? Nein. Warum? Ich war in der Warteschlange und immer wenn ich dran war, wurde ich rausgekickt. Aber es gibt doch Tickets. Immer noch? Ja. Oh, da muss ich nochmal reinschauen. Also ich habe vor drei Tagen oder so geguckt, da gab es noch Tickets. Weil ich habe nämlich nachgeschaut, vielleicht habe ich dann bei den falschen Terminen nochmal nachgeschaut. Ja. Ich habe mit deiner Redakteurin geschrieben, die Tickets bekommen hat. Und sie hat mir geschrieben, also eine Freundin von ihr kommt auch rein, da bin ich sofort draufgegangen. Ja. Dann kam ich dann auch rein zu dem Zeitpunkt, aber alles war weg. Und deswegen keine Ahnung, muss ich nochmal schauen. Also ich habe Freitagabend oder Samstag, nee Freitagabend habe ich reingeguckt, da gab es Tickets. Ganz normal. Okay. Ich glaube so vorletzter Termin oder sowas hatte ich geguckt. Ganz normal Tickets für 350 Euro. Und das ist auch nochmal so ein Thema, boah, krank, oder? Krank geil. Krank geil. Ich finde es so absurd, dass sie einfach ein Stadion für die bauen. Gebaut wird es extra? Ja, das wird in die Messe reingebaut. Nee, das wird aber für die reingebaut, für diese zehn Termine. Oh mein Gott. Das gibt es quasi vorher nicht und es wird für sie gebaut. Da sind eigentlich zehn Termine viel zu wenig, wenn man das dann bedenkt, dass da so ein Aufwand betrieben wird, oder? Ja. Ich habe bloß die Bühne gesehen, dass sie recht weit ins Publikum reinkommen soll, angeblich. Um möglichst nah, trotzdem, obwohl es ja so eine Menge an Menschen ist, dann am Publikum zu sein. Dass sich die 300 Euro auch lohnt, ne? Ja. Ich sage mal, es ist nicht Front Row, die 300 Euro. Da musst du schon mehr ausgeben. Nee, das ist es ja. Nee, ich habe mir jetzt keine Tickets geholt, weil ich dachte, naja, es wird sich schon jemand melden, der mich anhat. Ja. Nein, ich habe mir wirklich keine gekauft, weil ich einfach nicht weiß, ob ich im August irgendwie… Eben. Ich will mir jetzt… Ich habe erst letztens, frech, muss ich jetzt kurz mal sagen, ich musste… Bahn hat ja gestreikt. Ich musste ja nach Hamburg. Das waren die Termine, die ich alle mit der Bahn fahren wollte, weil ich will ja nicht nur mit dem Auto unterwegs sein, ne? Ja. Ich bin ja auch eine Öko-Maus. Du bist ja nicht Taylor Swift. Nee, Miralöko. So, und dann genau in diesem Termin war natürlich der Streik. Ja. Gut, dann bin ich mit dem Auto gefahren und ich wäre eigentlich früher gefahren und wäre zu Tanz der Vampire gegangen. Ach, wirklich? Ja, wollte ich mir angucken. Dann war ja bei der Streik, musste ich alles umplanen, ging nicht. Hatte ich ja eine Ticketversicherung. Kein Problem, kann man ja, dann kriegt man das Geld zurück. Nee, kriegt das Geld nicht zurück, weil Streik ist dann natürlich nicht inkludiert. Wirklich? Ja, wenn der Zug zwei Stunden Verspätung hätte, klar, da hätte ich mein Geld zurückbekommen. Aber wenn der Zug gar nicht fährt, da greift leider die Versicherung nicht. Das ist für eine Klausel. Ich bin wirklich sauer. Ja, das ist wirklich komisch. Dann habe ich gesehen, was ist versichert, Schwangerschaft ist versichert, aber nur, wenn ich quasi vorher nicht wusste, dass ich schwanger bin und man muss irgendwie eine Bescheinigung vom Erfahren der Schwanger und es ist so, nee, es kommt nicht ganz hin. Ich weiß es schon ein bisschen zu lange. Ja, jetzt, ich glaube, die Tickets sind ... Wie komisch, aber das finde ich wirklich frech. Weil ich dachte, es gibt sogar so ein Ding, dass du, wenn du Tickets gekauft hast und dann ein Streik dazwischenkommt, die gut geschrieben bekommst sogar, automatisch, dass du dich dann nicht mal darum kümmern musst oder so, dass du dir dann gar nicht zurückgeben kannst, finde ich schon eine arge Frechheit. Ich werde es jetzt mal probieren, ob ich vielleicht über die Bahn dann irgendwas zurückbekomme. Aber ich finde es einfach frech. Ach so, das war jetzt der Tanz der Vampire Ticket. Tanz der Vampire Ticketversicherer. Ja, das finde ich auch weird. Ich habe da 11 Euro extra on top gezahlt, damit die versichert sind. Ja, wofür, das verstehe ich nicht. Das sind nur so schwere Erkrankungen oder Tod oder so. Ja, super, hätte ich das mal vorgelesen. Versicherung finde ich eh ist eine Sache. Ich wirke jetzt bestimmt wie eine Schwurblerin, aber ich blicke einfach nicht durch. Ich finde, es wirkt immer wie ein ganz großes Scheme und ich zahle da irgendwelches Geld und ich sage jetzt nicht so Krankenversicherungen oder so die Basics, das ist schon okay. Aber es wird einem ja immer angedreht, irgendwas du brauchst, diese Lebensversicherung und diese Zusatzversicherung und dieses und das und jenes und dann zahlst du jeden Monat und dann am Ende ist es dann eh nicht versichert, wenn die Bahn streiken zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich bin aber auch so ein Schisser, ich schließe die auch ab. Auch bei jedem Urlaub. Ich wette eine Reise, Rücktritts, wer weiß, was passiert. Aber ich wette, wenn dann irgendwann, der Grund ist dann wieder nicht versichert. Das ist es ja. Weil so genau schließe ich es mir auch nicht durch. Das ist nur für das Gefühl in dem Moment. Und dann, ich habe mir dann auch gedacht, ich habe jetzt schon angegeben, die Bahn streiken, kann ich dann nochmal das eine Ding so, ah, ich bin doch schwanger. Das ist der Grund. Kann ich einfach öfter probieren oder sind die dann irgendwann so? Dann kriegst du den doppelten Ticketpreis zurück, weil du vielleicht zwei Gründe hast. Ja, richtig. Dann kriege ich nochmal einen Bonus. Ja, genau. Nee, aber bei Adele dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ich mich im August schon ready fühle. Weil wenn ich auch das Kind stille und das vielleicht kein Fläschchener nimmt oder was auch immer, dann muss ich das ja irgendwie auch mitnehmen. Aber ich kann es auch nicht ins Konzert nehmen, es ist auch zu laut. Dann müsste irgendjemand draußen die ganze Zeit warten oder keine Ahnung. Und ich muss mit meiner Brust kurz rausrennen und so. Ich weiß es nicht. Ich will mir jetzt einfach noch gar keinen Stress und so Pläne machen für August. Und baue schon aber auch stark auf die Sponsoren, die uns dann in die Lounge rennen. Wer weiß, ob die überhaupt Lounges bauen. Ja, stimmt. Weil ich weiß nicht, brauchen die das? Das ist halt die Frage. Aber ist das nicht eher auch immer so ein Prestige-Ding für die Marken, dass die so sagen, so hey, wir laden dich zu Adele ein und dann machst du halt eine Story dazu. Ich glaube, darum geht es eher. Ja, ja, das macht nicht Adele, sondern das macht die Marke. Nee, Adele kann das wohl was sein. Die sagt, pay me, bitch. Bit random hat sie geschrieben, als sie angefangen hat, dass sie in München, of all places, wo ihr Auftrag... Bit random, but all right. Hat sie gesagt? Das hat sie hingeschrieben in der Caption auf Instagram und hat so in ihrem Wortlaut überlesen können. Ja, das war sehr lustig. Aber macht sie zehnmal München, das ist ja so, in Deutschland ist es das Einzige, aber auch in Europa oder so? Soweit ich weiß, ja, ich glaube, weltweit das Einzige. Ich habe schon von Amis TikToks gesehen, die sich da Tickets für gekauft haben, die dafür anreisen, extra dafür. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Das ist so wirklich crazy. Wer weiß, ob sie dann auch danach, wenn es erstmal gelaufen ist, dass die Show, weil sie hat auch gesagt, es ist eine brand new Show und sie hat das, es wird komplett neu gemacht. Oh Gott, jetzt will ich doch Tickets. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Und das ist halt, also wenn es wirklich nur diese zehnmal sind und wir sind da nicht dabei, dann werde ich mir so in Arsch beißen. Ich auch. Ich kenne mich. Aber es ist wie die Renaissance World Tour, haben wir ja beide auch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe sie gesehen. Ja, da hat man dann gesehen. Oder warst du da? Nee, 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 ich war nicht da. Aber hey, die nächste, die Cowboy Tour ist dabei. Aber da hatte sie doch auch schon, hatte sie da nicht auch schon auf dem Pferd mit dem Cowboy Hut? Vielleicht war das schon mal so eine Anspielung für das, was noch kommt. Ja. Aber es war ja auch, es war ja so Disco-mäßig und da war dieses selber eine Pferd. Ja, das war ein ganz anderes Stil eigentlich. Ja, hat schon auch an Studio 54. Aber das ist ja wirklich crazy, dass das das Einzige ist. Finde ich eben auch. Und wenn das wirklich nur bei diesen zehn Terminen bleibt, da wäre schon krass. Ja, vor allem, die sind ja auch so nah aneinander und so München wird ja komplett im Ausnahmezustand sein. Das stimmt, ja. Das wird ja auch, hier meine Redakteurin, ich kann auch nicht mehr sprechen, die auf jeden Fall, die hat schon geschrieben, dass sie schon irgendwie einen Airbnb-Scam gesehen oder auch reingefallen ist oder irgendwer. Und das ist, ja natürlich, also die ganzen Übernachtungsmöglichkeiten, die werden ja sofort ausgebucht sein. Wenn da 80.000 Leute reinpassen. Pro Abend. 80.000 Leute pro Abend. Ja, das wird wahrscheinlich die Wirtschaft ordentlich ankurbeln da in München in der Zeit. Ich frage mich auch, da wird doch München irgendwas dafür bezahlt haben oder irgendwer. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es einfach so gewählt wurde. Klar, das ist mitten in Europa und so, aber es ist schon random. Ja, ich habe gehört, dieser Bühnenmensch, das ist der gleiche, der auch die Helene Fischer-Shows macht. Ui. Also wir können uns auf einiges gefasst machen. Sie wird auf einem Roboter durch die Gegend und dann mitten im Wasser. This is how we do it in Germany. Ja. So wie so ein Wetten-Das-Show, wo einfach so random Sachen passieren und Adele ist so, a bit random, but alright. Sie macht doch deutschen Techno dann auf einmal in der Show. Helene kommt auch mit, Helene und Adele ist ja schon eine Krasse gekommen. Das ist so lustig. Das wäre so witzig, auch wenn Helene einfach so eiskalt mit ihr die ganze Zeit auf Deutsch reden würde. Ja. Das finde ich so witzig. Ja, voll. Manchmal lernen doch auch dann die KünstlerInnen dann extra ein paar Worte so auf der Sprache, wo sie dann halt auftreten. Und Adele muss dann auch Deutsch lernen, nicht andersrum. Nee, 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 nee. Die, natürlich, du kommst zu uns, du musst mal hier, du musst dich anpassen. Ja. Nee, aber die Helene, passend zum Thema, hat sich ja jetzt hier ganz groß, ist jetzt schon, glaube ich, zwei Wochen her, auf dem Sternkörper oder Spiegelkörper, ich weiß schon gar nicht mehr, gegen die AfD positioniert. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Nee. Sie, ganz vorne drauf und noch ein paar Celebrities, die gesagt haben, wir sind gegen Rechts und gegen die AfD. Und das fand ich so krass. Ja, mega. Natürlich kann man kritisieren, dass Helene erst jetzt politisch wird oder das, aber ich finde, dass sie, keiner zwingt sie ja und sie muss das nicht machen und sie muss sich nicht politisch äußern. Und wahrscheinlich finanziell, karrieremäßig wäre es für sie wahrscheinlich auch einfacher und lukrativer zu sagen, nö, ich bin immer die neutrale Frau, die einfach Schlagermusik macht und über Atemlosigkeit spricht. Richtig. Das hätte sie ja einfach weitermachen können, aber sich da so zu positionieren und Kommentare auf Instagram waren drunter auch sowas, halt ja die typischen Sachen, hier Maulkorb aufgesetzt bekommen, was weiß ich was. Also halt wirklich, die wird ja viele Leute haben, die auch eher konservativ oder sogar vielleicht eher in, es muss ja nicht direkt rechtsextrem sein, es gibt ja auch rechts und links, ohne das Extrem. Und das darf es ja auch geben, aber natürlich, wenn irgendwie Menschenrechte verletzt werden oder es gibt halt Grenzen, die gewahrt werden sollten, zwischenmenschlich. Und das fand ich schon, fand ich ein cooler Move und fand ich beeindruckend. Ja voll, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Und ich meine aber, ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu der ganzen Helene, zu der ganzen Positionierung in der letzten Zeit, also auch die Collab mit Cherie und David, das ist ja auch eher. Das ist schon sehr modern. Sehr modern oder dass 24 Tim ja auch in dieser Show war und die da irgendwie zusammen performt haben und so. Die ist da schon so sehr, weil sie ja glaube ich sehr ausgewählt ist, mit wem sie was macht. Ja auf jeden Fall. Und dass es nicht zufällig ist, das was sie tut, sondern es ist sehr bedacht, sie macht ja auch wenig Interviews oder wenig irgendwie Pressesachen. Also das war schon sehr ausgewählt und das fand ich spannend und cool. Dass es so an mir vorbeigegangen ist, ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich absurd. Aber ja, finde ich ja mega. Ich finde es allgemein, irgendwie macht es ein bisschen Hoffnung, dass jetzt so viele Demos gegen rechts sind und sowas. Ich muss sagen, ich stand da über meinen Haupt oder wie sagt man, ich war noch auf keiner. Ich auch nicht. Stand da auf meinen Haupt, ich weiß es nicht. Über. Aber drüber und über. Aber es ist irgendwie schon sehr schön, das zu sehen, oder? Also es gibt ein bisschen Hoffnung und anscheinend sind ja auch die, laut der Umfragewerte sind ja auch die Zahlen der AfD runtergegangen und so. Und das ist ja schon irgendwie beruhigend. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wenn die nächste Demo ansteht und ich nicht auf Tour bin, dann gehe ich auch mal wieder. Genau, möchte ich auch, ja. Ich habe schon irgendwie vor drei, vier Jahren, stand ich schon im neunten Monat auf der Black Lives Matter Demo. Das war schon anstrengend genug, deswegen muss ich jetzt noch mal gucken, wie ich das alles hinkriege, dieses lange Rumstehen und Laufen. Aber ja, wer auf der Bühne stehen kann, der kann auch zu einer Demo gehen, deswegen. Ja. Du brauchst jetzt, glaube ich, keinen Vorwurf machen oder so. Ja, nee, aber ich fände es schon irgendwie wichtig, sich einfach politisch zu engagieren und zu positionieren. Man kann sich nicht immer auf die anderen verlassen, dass die da für einen gehen. Nee, wenn alle so denken würden wie wir, wenn alle nur ihren Podcast machen würden in ihren Cowboy-Boots und in ihrem roten Ding, da wären wir auch nicht weiterkommen. Das ist so schön auf gemütlich. Ja, auf Gemühe. Und das klappt halt leider nicht, ne? Deswegen, ja, das ist schon wichtig und dann, wenn es das nächste Mal ist, dann werde ich mich da auch anschließen und so. Aber, ja, aber mir hat es auch zeitlich nicht geklappt beim letzten Mal. Auch eine dumme Ausrede. Hätte ich es halt machen müssen so, dass es klappt zeitlich. Ich war nie auf Tour. Ich hatte kein Millionenpublikum, das ich noch bespielen musste. Ja, es ist nicht leicht, wenn man wie ich oder Taylor mit dem Private Jet unterwegs ist und von A nach B jettet und so. Und die Bahn streikt. Ja. Deswegen macht sie das. Ja, es war der Bahnstreik, deswegen musste Taylor. Auch die Deutsche Bahn fährt auch nicht in Amerika, deswegen, na, ganz anderes Thema. Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, ich glaube, es war irgendwie ein Reddit-Post, der dann zum Artikel wurde, wo jemand darüber geschrieben hat, dass sie sich nichts vorstellen können. Also im Kopf keine Bilder vor sich sehen können. Das habe ich auch schon öfter gehört. Ja, und der Aufhänger dafür war, dass jemand eben auf Reddit gepostet hat, dass er als Kind den Film Shrek so oft gesehen hat, bis er den in seinem Kopf schauen konnte. Den kompletten Film. Das ist crazy. Sekunde für Sekunde alle Konversationen, alles, was so bildlich auch passiert, was da los ist, in seinem Kopf einfach anschauen konnte. Und das dann bei langen Autofahrten als Kind so, der Vater gesagt hat, und was machst du? Und der hat halt gesagt, na, I'm watching Shrek. Und hat dann aber in seinem Kopf Shrek geschaut. Und wir fragen uns heutzutage, wie haben das unsere Eltern früher gemacht ohne Bildschirm? So. So nämlich. Die hatten den Bildschirm im Kopf. Ja. Die haben sich das einfach vorgestellt. Das ist ja auch eine schöne Sache. Aber es gibt ja Leute, die das eben nicht können. Ja, aber. Jetzt sag ich dir gleich mal was. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie genau kannst du dir Sachen, also musst du jetzt die Augen dafür zumachen? Ich hab mir dann Gedanken darüber gemacht, weil ich das eben so gelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ist mir gekommen, ich bin da sehr gut da drin, sogar was so, mir selber auch Sachen komplett neu ausdenken und dann vorstellen, weil ich immer beim Musikhören habe ich das so krass. Weil ich mir dann Musikvideos vorstelle. Also ich sehe da eine Choreo vor mir, ich sehe da Ausschnitte von diesem Video. Aber wer macht diese Choreo? Du? Das ist das Ding. Manchmal ich, aber auch manchmal die Künstler, Künstlerinnen, die da singen halt gerade. Und wie deutlich siehst du die? Ich sehe die, aber ich sehe nicht die Gesichter. Und das ist total komisch. Ich kann mir irgendwie keine Gesichter vorstellen. Ich kann jetzt auch nicht, wenn ich an eine Person denke, hab ich nicht das Gesicht, sondern ich hab dann wieder, als wäre das eine Emotion. Ich kann dann, ich sehe dann, ob die Person lacht, weint. Ja, so ein bisschen, genau. Wo die so komische Figuren sind, die dann so tanzen, aber nicht so ein richtiger Gesichter. Nicht in so komischen Farben, aber ja. Ja, okay. Also die Gesichter war schon immer so, aber sonst kann ich mir das schon ziemlich genau vorstellen und visualisieren. Ich weiß irgendwie nicht. Also ich, wenn du mir jetzt sagst, ich stelle mir dich vor, wie du so ein Cowboy-Tanz tanzt, ich kann mir das schon vorstellen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ah, da stehst du jetzt. Ich hab ein genaues Bild, ich weiß, wie es außenrum aussieht, ich hab den Raum im Kopf und so. Hast du da einen speziellen Raum? Ja, jetzt hab ich meine Wohnung zum Beispiel einfach im Kopf halt, weil ich da wahrscheinlich sowas machen würde. Ich seh dich eher grad wie so eine Floating-Figur, einfach da so. Ah ja. Ja, das ist ganz komisch, weil ich glaub, das ist so individuell. Genau. Und nämlich, weil so viele das dann nicht konnten und das erste Mal darüber so nachgedacht haben, dass sie das halt nicht können. Und dass ich nicht mal eine Farbe, wenn ich dir sag, stell dir die Farbe grün vor oder so, dass sie nicht mal das können. Also ich seh's jetzt nicht grün, aber irgendwie kann ich mir einbilden, es wäre grün. Ist das schon das Richtige? Ich weiß es nicht. Und wir können ja auch nicht aneinander, vielleicht sag ich auch, aber ich seh's genauso wie du, dass ich das total gut kann und trotzdem ist es nicht so. Und es ist eine sehr komische Sache und ich hab da viel drüber nachgedacht. Das find ich ganz unangenehm irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wieso das so ist, dass da alle auch unterschiedlich ausgeprägt sind, weil warum? Also es muss ja irgendeinen Ursprung haben in uns, dass wir sowas können oder nicht können. Das hat bestimmt auch irgendwas mit so Neurodivergenz oder was weiß ich. Was zu tun. Vielleicht, ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mal irgendwie gehört, dass das irgendwas zu Anzeigen, nee, Anzeigen, nee. Jetzt kommen wir in ein ganz, ganz schwieriges, Anzeigen für Krebs. Ja, immer. Ein ganz schwieriges Halbwissen. Ich beende diesen Satz an dieser Stelle. Okay, gut. Ist dann auch in Ordnung. Aber das war nur so ein Ding. Und ich glaube, das hat es auch nicht allen gut getan, dass ich darüber spreche, weil das ja auch einen so eine Spirale senden kann, dass man so, oh mein Gott, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Warum? Aber you're fine, honey. Ja, natürlich. Das ging ja davor auch. Aber so, weil man sich über sowas Gedanken macht oder auch, wie man denkt, denkt man in Konversationen, in Schrift, in Bild, spricht da niemand, spricht da jemand, spricht man mit der eigenen Stimme oder in der Stimme von jemand anderem. Das ist ja auch schon. Und oder, also, da gibt es so viele. Du machst da ein riesiges Ding gerade auch. Ja, aber ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Das ist so ein, weil ich kann auch mir einen Film vorstellen, aber ich kann mir natürlich nicht vorstellen, dass sie jede Sekunde abspielt, so wie sie halt original ist. Also ich kann mich da nicht so dran erinnern. Du brauchst ja auch einen krassen Speicher, wo du alles so dir merkst und abspeicherst, wie das passiert. So kleine Szenen vielleicht. Ja. Aber dass es so ein kompletter Film ist. Ja. Von Musikvideos, die ich oft gesehen habe. Da kann ich dir auch sagen, so wie die einzelnen Szenen, die Tanzmoves, so die Farben, das kann ich dir alles sagen. Du hast richtig gerade in deinem Blick gesehen. Ja, habe ich mir vorgestellt. Es war da gebeamt. Ich habe es gesehen. Da war es das Musikvideo. Das war Kesha TikTok, oder? Nicht ganz, aber auch ähnlich. Das ist auch ein Country-Ding, glaube ich, oder? Nee, das war Timber. Ich habe gesehen Beyoncé und Lady Gaga Telefon. Hello, hello, baby. Geil. Ja. Das war mal eine Zeit lang mein Karaoke-Song mit einer Freundin von mir. Oh, nicht schlecht. Und dann kann man so featuren sich gegenseitig. Dann kann man featuren, ja. Heute bist du Beyoncé, okay? Ja, genau. Ich brauche den längeren Teil. Ich will heute Gaga sein. Ich habe ein Bild von Lady Gaga am Superbowl gesehen und ich habe kurz nicht gecheckt, dass es Lady Gaga ist. Ich dachte, das wäre irgendeine Brigitte. Die sah so brigittig aus. Die sah einfach so eine Ingrid oder eine Brigitte oder irgendwas. Die sah so nur noch 15 aus. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist einfach, sie sah einfach aus wie eine ganz normale Frau in ihren 30ern. In der 30ern? Ich weiß nicht, wie alt die ist. Ja. Die wirkt schon immer ein bisschen älter als sie ist. Ja. Finde ich auch. Lady Gaga macht auch bald neue Musik. Also es gibt zumindest so Teasern. Ja, Justin Timberlake auch. Das ist mir egal. Echt? Ja. Der geht jetzt auch auf World Tour. Der hat seine große World Tour announced. Ach krass. Das sind nur US-Termine. Was ist da eine World Tour da dran? Ich glaube, die Europatoren, das kommt noch, glaube ich. Das schreiben immer alle. Aber es ist so weird, das so anzukündigen. Ich habe nur seine neue Single mitbekommen, aber dass da ein ganzes Album mit dran hängt, habe ich nicht gehört. Ich glaube schon, dass da ein Album kommt und auf jeden Fall eine Tour macht der. Und da bin ich ganz happy. Ich glaube, das wird erst Herbst, Winter. Wenn du dann vielleicht wieder auf dem Bein bist. Da bin ich auch ready. Da hat er auch an mich gedacht. Das finde ich wirklich so nett von ihm. Angerufen, kurz mal durch. Doja Cat hat das ja nicht gemacht. Die kommt ja gar nicht nach Deutschland, glaube ich. Aber da wäre ich nach UK geflogen, gefahren mit der Bahn natürlich. Tunnel. Tunnel, ja. Das finde ich auch crazy, dass es das gibt. Bist du da schon mal durchgefahren? Nee. Ich auch nicht. Der ist ja auch unter dem Wasser, ne? Ja. Und da ist ein Zug dann in dem Tunnel. Da ist ein Zug in dem Tunnel. Aber wie cool wäre es? Also wahrscheinlich geht das nicht. Und das ist ja auch total dunkel da unten. Aber wie cool wäre es, wenn das wie so in so einem Hotel ist, das unter Wasser. Und dann kannst du ein bisschen die Fische anschauen beim Durchfahren. Ja, ich denke, da wären auch ganz viele Fische auf der Sonne. Ja, absolut. Total. Das wird richtig angenehm. Und das wird eine spektakuläre Fahrt. Rochen, Delfine, Fische auch. Das ist ja so ein ekliger Barsch. Der viel Fische. Ja. Aber da wäre ich hingeflogen, wenn es nicht im Juni wäre. Da bin ich gerade... Das ist ja wirklich richtig blödes Timing. Aber vielleicht macht die ja auch nochmal was. Obwohl, nee, wenn die schon nach Europa kommt, dann wird es doch eigentlich eng werden. Die hat gesagt, die wird auch als nächstes ein ganz anderes Album machen. Also ich habe das Gefühl, die KünstlerInnen, die sind ein bisschen kreativer. Die sind ein bisschen crazy drauf und probieren immer was Neues. Ich glaube, ich muss jetzt auch einen Country-Song als nächstes schreiben. Ich bitte dich. Aber was für ein guter Clash, weil ich fand ja so Chlamydien und Schlager fand ich halt so eine geile Kombi, weil es irgendwie eigentlich sehr weit voneinander weg liegt, aber irgendwie auch in Hand. Country und... Country ist auch in den nicht-homophoben Kreisen. Weißt du, wenn du das sagst, dann könntest du vielleicht dich auch knüpfen. Das wäre immer was Neues. Nas X ist ja dann auch, hat der ja auch sein Coming Out, nachdem er eigentlich ein Country-Lied gemacht hat. Und zwar ja dann auch in der Community ein riesiges Ding. Der macht auch Country? Nee, aber der hatte doch Old Town Road und das war ja so Country. Okay, aber das ist das Einzige, oder? Ich glaube schon, ja. Orwell Peck ist auch ein großer Country-Sänger, der auch G ist und das ist auch für viele dann ein Aufreger. Vielleicht, wenn du sowas machst. Aber einfach, wenn du modern bist in der Welt, glaube ich, ist das schon ein großer Aufreger. Wer fällt dir da irgendwas ein? Eine moderne Frau. Eine Frau auch noch. Das schaffst du, aufzufallen. Ich gebe mir Mühe. Ich werde darüber nachdenken, in der Babypause, da schreibe ich nochmal einen Song. Ich glaube auch, aber es wird doch nichts Leichteres als das geben. Aber apropos Babypause, wir werden euch noch ein wenig treu bleiben, bis die Babypause anfängt. Also ihr könnt noch entspannt sein, es wird noch ein Weilchen dauern und wir sagen euch Bescheid, wann es dann in die Babypause geht. Ja. Zum Abschluss habe ich noch von der heutigen Folge nochmal, weil wir jetzt heute so viel über Musik gesprochen haben, über Popkultur. Eine schöne und traurige Geschichte zugleich. Das hast du wahrscheinlich noch nicht mitbekommen und vielleicht die Leute, die nicht so viel auf TikTok unterwegs sind, die uns hören, auch noch nicht. Aber es gibt eine Sängerin, sie heißt Kat Janice und die liegt gerade im Sterben. Sie hat Krebs im Endstadium und es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis sie halt stirbt. Sie ist jetzt am Gehen so ungefähr und sie verabschiedet sich langsam, auch auf Social Media so. Aber sie hat jetzt noch ein Lied rausgebracht, das sie geschrieben hat und es ist ein wirklich schönes Lied, das heißt Dance You Out Of My Head. Sehr poppig. Es könnte auch von Dua Lipa sein, so wem das gefällt, der könnte da mal reinhören. Und das ist jetzt auf TikTok viral gegangen, weil sie die Rechte von diesem Lied an ihren siebenjährigen Sohn jetzt überschrieben hat und der bekommt halt dann alles, was davon übrig bleibt, an Geld und so und die Leute streamen das jetzt. Und bei TikTok kommt ja immer ganz viel Geld rum. Ja, nee, überhaupt nicht viel. Aber wenn man das vielleicht einfach streamen möchte oder so, es ist wirklich auch, es ist ein schönes Lied. Also es ist nicht so, dass man das auf Mute hören muss oder so. Oh, man hat einen siebenjährigen Sohn. Ja. Es ist so eine tragische Geschichte, aber dann denke ich mir, dann wenigstens wird sowas mal viral und das ist dann wenigstens eine schöne Sache. So, auch wenn auch so. Sie bleibt in Erinnerung. Genau. Das bare minimum eigentlich ist, was so passieren kann. Und es ist nur einer von vielen tragischen Fällen, aber vielleicht ist das die Sache so. Ja, da enden wir auf einer leichten Note heute mal zur Abwechslung. Aber es ist ein Musik-Tipp. Das Leben ist auch so. Richtig. Manchmal ist es leicht wie ein Cowboy-Hut und manchmal ist es schwer. Wie ein Cowboy-Boot. Wie ein Cowboy-Boot. Oh mein Gott. Bleibt gesund. Macht's gut. Und wir sehen uns in einer Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Stets bemüht. Der Podcast mit Mirella und Carlo. Wir können auch Carlo und Mirella sagen. Also mir ist egal. Stets bemüht. Der Podcast mit Mirella und Carlo.